So und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play together Project Tomboy, der Laser mal wieder nackig, nackig. Und es regnet noch dazu, aber gut, wenn man sich sonst ne Dusche nicht... Ne? Führe ihn aus. Nein, er will ihn nicht ausführen. Gut. Hier ist ein großes Haus. Ja, will ihn nicht ausführen. Gut. Also Laser dusst dich gerade kostenlos, auf Staatskosten mit einem Endeffekt. Wollen wir versuchen gerade mal hier an diese Hütte rein? Jawoll, ist offen. Naja, der nackste Bauabreiter hat es wieder geregelt. Ja klar. Lass du den richtigen Rand. Hör mal, warum geht denn die Scheibe immer wieder zu? Weil die irgendwie das mal hier noch eher noch auf Zug legt. Irgendwie ist es spaßvoll. So. Alle drin? Oh, scheiße. Raus. Ich sage, wir gehen das aus dem Haus wieder raus. Oh, oh, da kommen sich viele schnell. Ja, na toll. Tja, wir hatten doch den Alarmelauer angemacht, hm? Ich nicht. Äh, bloß nicht. Er hat den Schlüssel. Seht ihr da oben rechts auch so einen leichten Schatten von dem Dach? Oben rechts? Oh, hier kommen ganz viele Zombies aus dem Dach. Ja, ja, das war der Schatten, würde ich sagen. Oh, hier kommen auch welche. Oh, oh. Ähm. Prügeln? Ja, gucken wie viele. Äh, warte mal. Oh, ne. Nicht prügeln. Ne, weg, weg, weg. Gleicher Weg zurück. Gleicher Weg zurück, okay. Ja, natürlich, auf jeden Fall, weil durch den Wald brauchen wir ewig. Ich laufe jetzt ein bisschen schräg links runter. Okay, Ballisto, Olaf, da, okay. Ich bin extrem panisch und das Schönste ist, was wir sind, wir sind feucht. Ich bin auch feucht, ja. Ja, Ballisto ist auch feucht. Bei ihm passt es zwar mehr wie bei uns, aber... Ne, jetzt bin ich wieder ein Typer. Ah, jetzt bist du... Hier ist ein offenes Feld, hier sehen wir wenigstens, wo die herkommen. Ich muss unbedingt gerade mal was fressen, ja. Eins, zwei, drei, hier kommen ganz viele. Sollen sie kommen? Kämpfen wir oder was? Ne, wir sind zu... zu... unbewaffnet zum Kämpfen. Warte mal, ich kann mich an den... äh, dippen auch. Oh, da kommen ganz viele. Da kommen gerade ganz viele von oben. Oh ja. Bin nicht interessiert an einem Konflikt. Echt nicht? Nein, ich glaube nicht. Es sind mir zu viele. Vielleicht können wir das ja verbal regeln, so mit... Bitte nicht. Rücken, ja, machen. Oh, ey, wir müssen weg, ohne Scheiß. Aus dem Wald. Ach, du Schande. Ja. Ja, Daniel. Ja. Krit, ich bin klitschnass, das ist nicht gut. Und du hast ja nichts an. Ja gut, auch Witzlamotten, welches klitschnass. Das ist jetzt auch schon gleich klitschnass, oder? Bin durchnässt. Ich opfere mich. Schaue immer die Scheiben an. Geschwindigkeit stark eingeschränkt. Alter, 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 alter. Ey, hier ist so ein Zaun, ne? Ich habe die Scheiben eingeschlagen, damit die hochkommen zu mir. Ja, die reagieren da leider... Die reagieren da leider nicht drauf. Ja, der eine, der... Die ist ein Zaun, das ist gut. Da kann man die doch noch aufhalten. Ich kann rüberspringen. Ich kann immer springen. Mit E. Geh an den Zaun ran und E. Ah, da kommt die wohl mal nicht rüber, oder was? Doch, aber nicht so schnell. Boah, Olaf, beeil dich. Da kommt gerade eine ganze Gruppe. Ja, ja, ich bin aber allerdings klitschnass, deswegen. Warum? Warum? Weil mich klitschnass bin, genau, ne? Hast du deine Tische aufgelassen? Warum? Weil mir so viele Zombies sind. Genau, ne? Wir haben sie 2 Uhr zu regnen. Ja, klasse. Boah, ich muss gleich was essen. Guck mal, hier ist so ein kleiner Durchgang im Zaun. Hier ist die Eisenbahn. Wo? Boah, ich muss schon bloß um eine Eisenbahn. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Ja. Wir müssen den Schienen bis zu einer Lichtung folgen und dann nach links. Schneller, schneller. Okay, Schienen folgen und dann nachher dann Lichtung links. Boah, den Typen hier prügeln. Ne, 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 ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Oh, doch nicht. Lassen wir Zombies Zombies sein. Oh, ne schicke Brustbehaarung, Olaf. Mann, erzählst du mir noch was von jüngeren Zuschauern? Ja, meine sind ja wenigstens getrimmt. Ja, achswerbung haben die aber auch Brustbehaarung. Ja, wir sind ja hier nicht bei der achswerbung. Bauarbeiter, wir brauchen Brustbehaarung. Oder, sind wir alle Bauarbeiter, oder? Ja. Ja. Balliste vorne ist ein bisschen dunkel, oder? Ja, der hat noch einen Oberteil an. Also. Das Badetuch hat übrigens was gebracht. Ich habe nämlich jetzt ein feuchtes Badetuch, als ich mich abgetrocknet habe. Aber ich konnte mich halt von Klitschnass auf nur noch feucht bringen. Aber das ist klar. Also, merkt euch das, liebe Zuschauer. Wenn ihr irgendwann mal Klitschnass nach Hause kommt, sagt zu eurer Mutter, gebt mir ein Badetuch, dann bin ich nur noch feucht. Oh, oh. Können wir doch klatschen, oder? Na, hier oben sind noch weitere. Ah, das ist weg. Weide sind weg. Ok, dann warte, will ich mal ganz kurz was essen, ja. Ey, hat er irgendwann mal was zu trinken dabei? Nein. Na, ich muss aber aus. Ah, doch, 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 ich habe hier, ähm, Big My. Ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab Wasser. Die macht auch Durst weg. Warum kann ich Wasser nur auf den Boden ausgießen? Wie dämlich ist denn das? Weil der trinkt automatisch aus der Wasserflasche. Also, warum hab ich dann Durst? Deswegen solltest du auch keinen Durst haben, weiß ich nicht. Ich bin aber etwas durstig. Muss ich das als sekundäre Waffe auswählen, oder? Ne, in dein, ähm, deine Kiste, sozusagen, deine Hand-Inventar schieben. Na wie, na ja, ich bin ja jetzt auf Olas Cookies Inventory. So. Hm, da sind ja die zwei Wasserflaschen drinne. Primär oder auf dem Boden ausgießen. Hier, hier ist die, hier ist die Lichtung, hier ist die Lichtung, wir sind da. Ja, Moment, der kommt nachher noch. Okay. Voll, Olaf der Schädelknacker. Das ist nur noch der Richtung folgen hier, und dann... ...klippelt sich, ich guck grad noch auf die Karte. Vorhin, da kommt links ein Haus, und dann... ...weiter geradeaus, das ist... Okay, super. Seid ihr schon vorgelaufen? Nein. Wir sind beide. Oh 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 oh. Ist er tot? Nee, der lebt noch. Ja, dann... ...spielt ihr ja keiner smaller ein. Ich glaube, unten rechts, der grüne Button, wenn ihr da drauf klickt. Hm. Äh, nicht, dann machst du PvP an. PvP an? Ah, jetzt können wir nicht erst hauen. Dann mach das wieder aus. Hab ich. So, was ist jetzt hier? Weiter, hier kommt links ein großes Haus. Da sollen wohl immer ganz gute Lebensmittel drin sein. Wenn Zombies? Ja, vielleicht. Zwei Stück, die kriegen wir aber hin. Weil das Schöne ist halt, hier oben an der Gegend, die ist ja abgelegen. Hier haben wir nicht so viele Zombies zu erwarten, wie... Oben. Ja. Kannst du hier vorne die Haustür aufmachen? Ja, warte mal. Ich mach hier erstmal die scheiß Gardinen hierzu. Hier einmal ums Haus rum, wo da noch welche Zombies sind. Ah, ich hab hier einen noch. Hier hinten ist auch noch einer. Ja. Guck mal, was haben wir denn hier alles Feines? Ein Bräter, ne Gabel, Löffel... Oh, Schokolade gehört mir. Wie haust du es noch offen? Äh, das Sauberwort bitte. Wie haust du noch bitte offen? Ach, okay. Wenn wir das so offen machen können. Oh, ein Magazin ist es. Gut. Geht die Klotze? Schlimm eingerichtet, aber egal. Ich geh erstmal etwas trinken. Ach, guck mal. Schwer beladen. Ich bin schwer beladen. Hier die Treppe. Habe ich das gerade gehört? Ja. Was war das? Hat jemand ganz, ganz viel und schnell geschossen. Mhm. Oh ja. Schauen wir mal alle Vorhänge zu. Landwirtschaft für Meister. Okay, das ist schon mal... ...denke ich mal für später, wenn wir so weit kommen, überhaupt ganz gut. Land Papier, Kugelschreiber... Äh, an der Haustür hat sich gerade irgendwas bewegt, vorne. Äh, oh scheiße, ich stehe die Trier. Gott, 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 Gott. Äh, scheiß alles trinken. Äh, da kommen Zombies an die Vorder-, an die Haustür. Ja. Ganz schlecht, äh, fallen lassen. Äh, äh, leiser kann ich dir Dings geben. Ähm, hast, ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen, als irgendwelche Sachen zu verteilen. Ringe ja ungern, aber wie gesagt, da kommen gerade haufenweise Zombies an die Haustür. Äh, wir hatten jetzt ein Zombie hier. Ja. Also, als ich rausgeguckt habe, ich gehe mal von hinten nach vorne durch. Oh, hier sind ganz viele. Hier kommen gerade irgendwie... Okay. Die laufen da Richtung dem Schuss. Bleib mal lieber hier irgendwie... Wer wirst denn im Haus? Bleib mal hin. Im Haus hinten. So, gucken wir mal da, 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 da. Und zwar hier für dich. Eins, zwei, drei. Und bitte. Oh, Fenster? Ja, wie gesagt, hier kommen Zombies. Okay. Oh, fuck. Ich glaube, ich wurde gebissen. Och, nö. Was auch nö. Ich glaube, ich wurde gebissen. Also, ja, das habe ich schon verstanden. Ich habe jetzt bis das auch nö nachgefragt. Ach. Aber ich finde das nicht so schön. Scheiße, mein Schläger ist im Arsch. Wenn die eh gebissen wurden, dann kann sie mir einen Schläger geben. Nö, dann ziehen die doch raus. Meiner. Ja, ich habe hier drinnen noch Laken und den Hammer für sich, weil ich den nicht mehr tragen kann. Oh, das ist gut. Wo? Ja, hier, na da, 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 da links, rechts, rechts, rechts halt. Ja, ja. Ich brauche jetzt was zum Angreifen. Geringfügige Schmerzen. Oder kann ich das Glympe reparieren? Ne, leider, ne. So, wo finde ich jetzt ein Werkzeug? Muss ich damit irgendwas angreifen? Ich würde sagen, wir nutzen gerade mal die Helligkeit aus und gehen mal zu diesem Haus, was ich meinte. Oder... Ahhhh. Ja, leider gerade Team Spiegel leer heute. Da muss sich jetzt gerade mal jemand drum kümmern, dass wir hier Togpower geben. Jo, das ist ja gerade mal Togpower. Ja, ist ja schön. Ja, so. Ähm. Wo ist das Gebäude? Hier rechts, glaube ich, oder? Jawoll, hier ist es. Unser neues Traumhaus. Komplett umzäunt. Und wenn wir die Zombies hier drin weg haben... Ja, das ist ja schön. Ja, so. Dann leben wir, glaube ich, ganz schön. Ja, okay. Kann halt leider nichts mehr machen. Ohne Waffe, ohne alles. Ja, gut. Ein Traumhaus ist was anderes, ne? Es ist... Komplett umzäunt. Müssen nur vorne irgendwie dann... ...sicher kriegen. Äh... Newspepper. Dönerfleisch. Ernsthaft? Echt? Ja. Hier ist ne Bratpfanne, die kannst du nehmen. Döner. Als Waffe. Ja, ach. Ne Bratpfanne. Wie lange soll ich denn da auf die... Wo hast denn die wieder? Wollt ihr euch die niederlassen? Ja, hier hast du auch einen 9mm-Patron. Da, wo die Bratpfanne drin liegt. Wollen wir uns hier niederlassen? Äh, immer noch, ja. Da hast du gar Kaffee. Ah, okay. Kaffee? Kaffee hast du auch, ja. Das ist gut. Nochmal 10... äh, 9mm. Hier gibt es... Hier gibt es... Hier gibt es sogar eine Dusche. Kann ja nichts mehr schiefgehen. Na, das ist richtig. Der kommt mit. Ach, machen wir gemeinschaftliches Duschen? Ja, ja. Hopala, ist immer die Seife runtergefallen. Au. Au. Achso, schlafen kann man ja, ne. Aber wir können das Scheiß nachsicht ausmachen. Ich würde sagen... Pack mal ganz viel... Zeug jetzt hier in diesen Schrank hier rein. Ja, glaube ich auch. Warte mal, wir machen... Mach den untersten... Ich mach den untersten mal leer. Ich würde gerade sagen. Erst mal Essen in den Kühlschrank. Alles, was ich hab. Dosen-Suppen. Drei Tüten Chips. Ich glaub, mit Mehl können wir bestimmt auch irgendwas anfangen. Mh, denke ich mal backen, oder? Ja. Für irgendwas wird's schon sinnvoll sein. Reichhölzer, Taschenlampen, okay. Raubenzieher. Ich glaub mir hier irgendwie... Mal gucken, ob ich mit der Säge irgendwas anfangen kann. Also... Der Säge kann ich hier ja schon mal... Kann ich grad anfangen. Vielleicht kann ich ja jetzt auch hier... Mit dem Baum sägen. Das wär natürlich super geil. Tja, und ob es Leiser schafft den Baum zu sägen oder nicht, das werdet ihr nie erfahren. Doch im nächsten Part im Endeffekt dann wieder. Denn das war's erstmal für heute. Wir sehen uns damit schon morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.